Am Samstagnachmittag kam es gegen 14 Uhr im Umfeld eines landwirtschaftlichen Anwesens in Nattenheim im Eifelkreis Bitburg-Brüm zu einem Flächenbrand. Laut Einsatzleiter Klaus-Peter Dimmer bemerkten die am Brandherd Eintreffenden Wehren jedoch, dass die Flammen bereits über einen Hang auf ein anliegendes Gebäude übergegriffen hatten. Sofort wurden weitere Feuerwehren nachalarmiert, um Schlimmeres zu verhindern. In dem Gebäude befinden sich Schweinestallungen. Die Wehren aus Nattenheim, Rittersdorf, Bickendorf, Bierstorf, Wolfsfeld und Bitburg hatten den Brand glücklicherweise schnell unter Kontrolle und konnten größeren Schaden an den Stallungen und den sich darin befindenden Schweinen abwenden. Ein Feuerwehrmann erlitt jedoch bei dem Einsatz eine leichte Rauchgasvergiftung und musste durch das Rote Kreuz versorgt werden. Zu der Brandursache und dem Schaden an dem Gebäude konnten noch keine Angaben gemacht werden.